Tag zusammen, heute Abend findet wieder ein Livestream statt und zwar 22 Uhr bis, wie immer, wir keinen Bock mehr haben. Mit dabei sein werden wahrscheinlich Martin, Loris und Tobi, ich weiß aber jetzt nicht genau, ob wirklich alle da sind. Zocken werden wir. Hexit, habe ich auf dem Server schon installiert, muss ich noch auf dem Rechner hier installieren. Dann vermutlich noch Cube World, ich weiß es aber noch nicht genau. Und, äh, viel zu biest wahrscheinlich. Sonst mal gucken, vielleicht will Martin ja unbedingt noch Need for Speed World spielen, müssen wir mal gucken, dann installe ich das schon mal vorher. Jo, das war's eigentlich, ne? Also schaltet ein beim Livestream auf twitch.tv, der Link davon ist, wie immer, in der Videobeschreibung. Alles klar, dann bis heute Abend und ich sage, bis dann, ciao!